einen wunderschönen montagmorgen wünsche ich euch und ihr seht es schon youtube veränderung von mir timus lichtblick hat schon begonnen und zwar habe ich mich dazu entschlossen die werbung vor den videos ab jetzt auszustellen ich werde euch meine produkte natürlich weiterhin zeigen in den videos aber vor dem video ist es einfach nicht mehr nötig in meinen augen wer kanalmitglied werden möchte und diesen kanal somit auch unterstützt damit die ganze arbeit und liebe auch ein bisschen entlohnt wird kann dies gerne tun einfach hier unter dem video auf kanalmitglied werden drücken und dort kannst du dich entscheiden für welches paket das geht von 999 cent auf bis zu 4 euro 99 pro monat und du kannst auch jederzeit wieder kündigen aber es gibt für jedes paket eine zeremonie live zeremonie im monat dann gibt es special stickers special emojis und es gibt natürlich auch special live streams nur für euch und ab juli sogar drei videos die nur ihr sehen könnt und das werden auch spezielle wunschpartner seelenpartner orakel sein ich habe mich dazu entschlossen weil ich nicht so die große werbefläche bieten möchte weil ich einfach denke wir legen karten ihr sucht nach antworten ich möchte sie euch gerne geben und natürlich kann ich euch mit dem schmuck hier auch noch weiterhelfen denn es sind ja energie und heilsteine die ich noch persönlich energetisiere ja da ist dann auch der zusammenhang da aber manchmal läuft vor videos wirklich der größte blödsinn und das möchte ich einfach nicht mehr und auch für euch ist es einfach stressfrei anzuschauen okay ich stelle euch schnell die drei dinge vor und dann gehen wir sofort in die frage heute wir werden ab jetzt auch immer live ziehen nur noch das ist auch eine neue änderung aber alles nur zu euren gunsten ja wir haben hier einmal das candy armband das ist das feinste rosenquartz was ihr finden könnt als linse auch wundervoll verarbeitet von engel medium venus wo dir deine selbstliebe und die liebe allgemein in dein leben zieht wenn du das trägst glaub mir als frau die männer drehen sich reihenweise nach dir um und dein wunschpartner wird erst mal merken was er an dir hat dazu passend natürlich diese wundervolle herz diamant kette mit der rosenquartz füllung auch hier könnt ihr sie gerne als amulett oder als kette tragen mit einem wundervollen silberband die passt da auch wundervoll dazu und natürlich der rosenquartz hat auch hier dieselbe wirkung und wir haben hier ein highlight das stammt aus meiner hand mit diesen wundervollen strass stein mit den silbermetallelementen wir haben den goldfluss und wir haben matte wundervolle mondsteinperlen und zwar haben wir hier das armband wahrhaftige weiblichkeit hier kommst du deinem wahren sein wirklich so nah dass du all deine blockaden und ängste damit lösen könntest wenn du das möchtest wer sich für eine der produkte oder auch noch mehr interessiert der kann gerne auf www.spiritual-shop.de gehen und sich dort ein bisschen umschauen ich freue mich natürlich wenn ich euch dort energetisch unterstützen kann den link findet ihr auch in der infobox für kartenlegungen oder coachings findet ihr auf www.timus-lichtbig.com alle angebote so und jetzt nach viel gerede aber das nur einmal heute denn man sollte es ja einmal erklären gehen wir in die frage hinein wird er sich denn bald melden wird er zu seinen gefühlen stehen so diese frage soll uns beantwortet werden mit drei engel der liebe orakel karten und 9 lennomore karten hier haben wir heute die königsklasse ich habe ja auch mein eigenes lennomore deck wer das gerne erwerben möchte findet ihr auch im shop und bald kommen dann auch die sommer highlights also es lohnt sich immer mal wieder rein zu schauen da wir nie im stillstand bleiben um euch auch energetisch hochwertigen wundervollen ja und wunderschönen schmuck bieten zu können da steckt immer so viel liebe drin so wie auch in den kartenlegungen so meine lieben die karten sind gefallen ich würde sagen wir fangen an mit der thematik wird er sich bald wieder melden wird er zu seinen gefühlen stehen und zwar mit der ersten kombination aus engel der liebe und lennomore so jetzt haben wir alles was wir brauchen ein bisschen schief so rum okay wir schauen hinein hier haben wir past life beziehung ihr habt euch schon früher gekannt heißt es hier ja ihr habt euch schon früher gekannt lasst lässt auf jeden fall dafür sprechen dass es immer wiederkehrend ist es ist immer wiederkehrend weil du auch persönlich bei dir erkannt hast dass da einfach manchmal mehr sein sollte mehr sein muss und auch für für dich die wundervolle meldung von ihm ersehnt wird ihr kennt euch gut ihr kennt euch in und auswendig auf diese art und weise seelisch du spürst ihn auch sehr gut aber derzeit ist er einfach noch ein bisschen gefangen und will sein er seine stärke noch ein bisschen beweisen hier nicht nur dir gegenüber sondern auch in der sexualität ist er da noch sehr sehr stark verfahren also die meldung wird kommen sie wird aber jetzt ein bisschen oberflächlicher sein als er hofft aber die der positive drang ist schon im fortschritt weil er möchte sich mit dir schon verwurzeln weil die past life beziehung zeigt einfach auf dass ihr in jedem leben immer wieder zusammen findet und somit auch erkennen könnt dass ihr füreinander beschaffen seid und das ist schon mal die erste positive nachricht heute was haben wir denn da liebe zuerst dich selbst deine selbstachtung macht dich attraktiver für die liebe ja das ist ein ganz klares anzeichen dafür dass er halt weiß wie er dich bekommen könnte dass er weiß in welchem verhaltensmuster du sitzen musst was er sagen muss wie er vorgehen muss hier ist auf jeden fall leicht zu erkennen dass du noch ein bisschen an aus dieser verfahrenheit rauskommen mehr bei dir selbst stehen mehr für dich selbst aber auch einstehen so dass ihr gemeinsam wachsen könnt weil nur für sexuelle belangen sich bei dir zu melden wäre ein bisschen schwach diese past life beziehung zeigt aber einfach an dass man sich immer wieder anzieht und auch für größeres bestimmt ist ja für einen langen weg auf jeden fall aber die blockade liegt immer noch da er wird sich schon melden also binnen der nächsten sieben tage aber er wird sich noch nicht öffnen können es auf jeden fall noch komplett blockiert für die gemeinsame reise für eure gemeinsame lebensreise da liegt noch die blockade drin so die kannst du lösen hoffentlich durch die sexualität was natürlich kein schöner fall ist weil das sollte nicht alles sein im leben aber du kannst daraus die weisheit schlagen dass wenn du dich zu schnell öffnest ihn wahrscheinlich wieder in die blockade zurückschickst weil mit vielen geheimnissen seiner emotionswelt kommt er noch nicht zurecht und ist da noch sehr sehr festgefahren und ist lieber im geheimen da da würde seine stärke verloren gehen was ihn auch wieder in den rückzug bringen würde wenn du jetzt zum beispiel die wahrhaftigkeit bei dir hättest würdest du einfach nicht in den warteprozess gehen sondern es sich entwickeln lassen es sich entwickeln lassen ist ein ganz ganz schönes zeichen dafür dass man zuerst wundervoll in die selbstliebe geht dass man erstmal bei sich ankommt und überlegt ist es mir das ganze überhaupt wert bin ich es ihm denn nicht wert dass er um mich kämpft und je weiter du dich entfernst da die past life bestehung besteht desto näher versucht er sich an dich an ihn zu ziehen und da kann die blockade wirklich fallen denn der berg ist manchmal auch so eine aufgabe die man schaffen will gerade er als man er möchte zeigen dass er stark ist er möchte zeigen dass er männlich ist und er möchte auch aufzeigen dass er was ganz besonderes ist das ist vielleicht auch der schritt in die öffnung bei ihm da musst du nur wirklich geduld haben es ist eine zeit tendenz bis zu einem halben jahr noch da ob es wirklich wert ist jemanden immer sich selbst in den schatten zu stellen nein auf gar keinen fall du sollst dein leben weiterleben lass dein leben von niemanden beeinflussen und manipulieren das solltest du gelernt haben aus seiner vergangenheit das hast du schon mal durchgemacht brauchst du nicht noch mal auch wenn der wenn die versuchung immer ganz groß ist weil das verhaltensmuster ja wirklich schnell ja zu fest wie geht es denn weiter die verspieltheit ja da ist sie doch wieder um romantische gefühle zurück zu erobern erlaube deinem jugendlichen spirit vorvergnügen zu strahlen und hier heißt es dass du deine leichtigkeit natürlich erlangen musst du solltest deine leichtigkeit erlangen die gefühle von ihm sind schon da sie sind noch blockiert sie liegen derzeit nur in der sexualität mehr zeigt er hier gerade noch nicht auf vielleicht kommt da noch was aber vom gefühl her ist es auch so dass er da einen großen kampf mit sich selbst hat wir können da gerne mal gucken einen großen kampf nicht nur einen ganz großen sondern einen riesigen mit seinem schicksal da liegt eine eltern thematik auf jeden fall noch vergraben die ist ja in der elterlichen trennung also wenn seine eltern sich getrennt haben dann ist er auch einer der sagt ich möchte lieber gar keine beziehung wie eine die kaputt geht eine vorübergehende trennung von deinem partner ist in sicht aber das ist ja nur energetisch gesehen weil du jetzt bei dir ankommst und das ist gut durch deine verspieltheit machst du dich wieder interessanter du machst dich nicht zum zum jojo das immer wieder zurückkommt wann es wann er es wegschmeißt sondern du zeigst jetzt auf dass du auch einen wert hast und das ist wunderschön wunder wunderschön ja und dann kommt da die problematik mit der kommunikation und auf einmal wird er eifersüchtig kannst du dir das vorstellen dass er eifersüchtig wird nein ja hat er nie gezeigt wird er aber und dadurch wird ihm auch bewusst welche schicksalhafte wundervolle beziehung ihr führen könntet nicht nur dass der sex immer gut ist es ist auch so dass das reden immer gut ist dass jeder weg gemeinsam super ist und wenn man einsam ist ist die blockade da und die streitigkeit besteht hier heißt es jetzt wirklich sich einmal abzugrenzen in die tiefe selbstliebe zu kommen bei sich zu sein und die liebe wirklich so gesehen inhalieren und seine eigene wahrhaftigkeit spüren und somit auch sich so entfalten wie es sich gehört er wird sich melden binnen der nächsten neun tage er wird gefühle aufzeigen können binnen der nächsten 27 tage es wird eventuell es ist noch nicht sicher hier weil einfach das kammer der kammer schlag und auch die kammer prüfung noch sehr sehr groß sind es ist eine beziehung möglich aber nur wenn er auch wirklich über sein ego hinweg springt in diesem sinne wünsche ich euch einen schönen montag und wir sehen uns morgen früh wieder zum tages orakel hoffe ich doch lasst einfach ein abo da lasst ein like da kommentiert das video und lasst es euch vor allem gut gehen bis dahin alles gute